Kanego BT ist eine zertifizierte Berechnungssoftware von 12 Volt Gleichspannung bis 1000 Volt Wechselspannung. Die Software vereint alle marktrelevanten Herstellerkataloge und bietet dabei die Möglichkeit, herstellerübergreifend zu planen. Bestimmen Sie die Art und Leistung der Einspeisung sowie den Umfang der Planung bis zu den letzten Endstromkreisen oder nur die Energieverteilungen. Erstellen Sie mit den einfachen Befehlen Ihre Netzstruktur. Für die Berechnung der Stromkreise sind bereits zwei Parameter ausreichend, diese sind Länge und Verbrauch. Weitere Details können Sie jederzeit ergänzen. Die Detailtiefe der Stromkreise bestimmen Sie selbst. Klicken Sie auf Berechnen und Kaneko schlägt Ihnen automatisch die wirtschaftslichsten Kabelquerschnitte sowie das optimale Schutzorgan mit allen Einstellwerten vor. Bestandsaufnahmen sind durch Fixierung und manuelle Wahl der Komponenten möglich. Alle Berechnungsergebnisse sowie Selektivitätskennlinien und thermische Beanspruchung der Kabel werden in Echtzeit generiert. Für eine schnelle Projektierung stehen Ihnen die Bibliotheken zur Verfügung. Mittels der selbst erstellten Stromkreisblöcken erweitern Sie Ihr Projekt. Über die bekannten Befehle bearbeiten Sie vorhandene Stromkreise oder fügen neue ein. Natürlich bleiben alle Stromkreise einzelne Elemente. Markieren Sie alle roten, unberechneten Stromkreise, um eine schnelle Berechnung durchzuführen. In den Berechnungsergebnissen sehen Sie sofort die maximal geschützte Kabellänge, die Spannungsfallberechnung sowie Kurzschlussströme und weitere Nachweise. Innerhalb der Software lässt sich die Bearbeitung auf den Tabellenmodus umstellen. Diese ist besonders dazu geeignet, Stromkreise Excel-ähnlich schnell zu editieren. Selbstverständlich sind hier auch die Kopieren- und Einfügefunktionen für eine effiziente Bearbeitung verfügbar. Bauen Sie Ihr Netz in der Tabelle auf und das System führt einen Dialog zum Übersichtsschaltplan. Gemeinsam haben wir schon den Übersichtsplan und den Tabellenplan kennengelernt. Die Software bietet ebenso auch die Möglichkeit, das Projekt im Verteilerplan aufzubauen, zu editieren oder auch zu erweitern. Set Steuerung sind mittels der Bibliotheken zu kreieren und als Stromkreisblöcke wieder abzulegen. Um das Netz zu optimieren, haben wir auch die Möglichkeit, das Projekt von unten nach oben zurückzuberechnen und Energiereserven einkalkulieren zu lassen. Dabei werden die Schutzorgane, Kabel und Leitungen neu dimensioniert, wenn diese vorab nicht manuell fixiert wurden. Selbst komplexe Netze, wie zum Beispiel mit Generatoren, verschiedenen Schaltzuständen, USV-Anlagen oder Schienenverteilersystemen sind mit Caneco BT sofort umgesetzt. Caneco BT generiert aus der Berechnung automatisch eine Vielzahl von Dokumenten für alle Projektphasen. Hierbei lassen sich einzelne Dokumente sowie gesamte Projektordner in unterschiedlichen Sprachen und Informationsdichten ausgeben. Einige dieser Dokumente sind zum Beispiel Übersichtsschaltpläne in verschiedenen Formaten Berechnungsnachweise Verteilerpläne Schaltschrankansichten Stücklisten Einstellwerte der Schutzgeräte Selektivitätsnachweise Prüfprotokolle und weit mehr Für weitere Informationen stehen wir Ihnen sehr gerne zur Verfügung. Ihr Alpi Deutschland Team KAS KAS KAS